Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkasküche. Heute habe ich russische Pampuschki gebacken, auf Wunsch von meiner einen Zuschauerin und sie hatte einen besonderen Wunsch gehabt, dass die Pampuschki werden frittiert. Nicht im Backofen gebacken, sondern frittiert. Und das habe ich heute gemacht. Aber die Pampuschki kann man auch im Backofen in einer Form herauslegen und auch backen. Klappt das auch, dann ist das nicht so kalorievoll. Aber die im Fett gebacken schmecken auch wunderbar lecker. Und schauen Sie bitte ein. Ich habe schon eine aufgerissen und mal nachgeschaut. Ich habe schon eine Sager gegessen. Und die schmecken so lecker, so weich, so fluffig. Und eigentlich geht das absolut nicht kompliziert, einfach und schmeckt gut. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch, wie ich die gebacken haben. Für den Teig brauchen wir nicht viele Zutaten. Mehl, ein bisschen Wasser, jetzt Hefe anrühren, ein Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Salz und irgendwas Sauers. Ich habe jetzt mein Milchgefühl abgesiebt und kann es nutzen, wenn ihr Joghurt habt, könnt ihr Joghurt nehmen, wenn ihr zum Beispiel Buttermilch habt, könnt ihr Buttermilch nehmen. Wenn ihr nichts habt, kann man auch Wasser nehmen oder im Wasser einfach paar Esslöffel Schmand oder Sauersahne einrühren. Funktioniert auch alles. So, erstmal werden wir mit etwas, ich weiß nicht, vielleicht so 50 Milliliter habe ich Wasser, warmes Wasser genommen und nicht ganz die Hälfte von den, wo viel von den Hefe habe ich noch hier ist, mache ich rein. Gebe ein, gebe ein Teelöffel Zucker, dass die Hefe sich besser entfalten, einrühren, dass die Hefe sich auflösen und lassen wir die jetzt erstmal so ein bisschen entfalten, aufgehen. Kann man ganz bisschen Mehl draufstäuben. Kann man, muss aber nicht. Geben wir den sauberen Tuch oben drauf und lassen wir so 10-15 Minuten, können wir reinschauen, wenn ihr seht, dass die Hefe angefangen zu arbeiten, können wir weiter dann Teig anmischen. So sind jetzt 10 Minuten vorbei, schauen wir rein, oh ja, die blubbern schon, da könnt ihr sehen, lassen schon Bläschen, oben richtig schön schauen, können wir schon Teig anmischen. Rühren wir dann rein, geben wir jetzt, ich habe ein bisschen aufgewärmt, in so ein Schüsselchen mit weißem Wasser reingestellt und mein jetzt Kiefer etwas warm. Geben wir das alles rein, ein Teelöffel Salz oder nach Geschmack und so ungefähr so zwei Esslöffel Öl oder kann man ein bisschen geschmolzene Butter auch rein machen, das bisschen so Fettgehalt im Teig zu erhöhen, dann Teig schmeckt es viel besser. Ich setze mein Milchgefühl immer auf die fettarme Milch 1,5 und deswegen braucht man schon ein bisschen Fett im Teig. So und dann geben wir zum Schluss Mehl. Ich werde euch die ganze Rezepte unten wie immer in Beschreibung reinstellen, weil meistens mache ich meine Teige immer so prima Daumen und sozusagen auf die Augenmaß. Und jetzt, wenn ich euch will zeigen, dann messe ich immer und dann erstelle ich das richtige Rezept, dass ihr ungefähr wisst, wie viel was ihr braucht. Wir sollen einen schön weichen Teig erstellen, immer noch ein bisschen Mehl dazugeben, dann wisst ihr genau, wie viel Mehl braucht ihr noch. So, jetzt kann ich Hand nehmen, weil es muss mal füllen, jetzt nicht zu viel Mehl reinmachen, dass der Teig nicht zu fess wird. Noch ein bisschen, es klebt noch stark in die Hand, das wird bestimmt alles reichen. Gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche, einfach mit dem Mehl den Schüssel abreiben, die Hände auch und werden wir jetzt auch unseren Teig richtig durchkneten. So, und wenn wir jetzt alle Krümel schon im Teig haben, geben wir an die Hand ein bisschen Öl, können wir gleich auch über die Schüssel machen, weil wir brauchen auch erst ein bisschen anheben. So, die Schüssel ist dann bereit, Hände schön mit Öl einreiben und kneten. Dass später unsere Pampusche schön locker und lüftig sind, dürfen wir nicht zu viel Mehl in den Teig reinstopfen, dass der Teig nicht zu fess wird. Es soll schon richtig schöner, so ein geschmeidiger Teig sein. Das sieht gut aus. Und wenn ihr merkt, dass es ein bisschen klebt, dann nehmt ihr noch ein bisschen Öl als Mehl. Und dann schaut ihr bitte, es klebt doch nicht und geht wunderbar. Es fühlt sich so schön, angenehm und weich, das will man denn einfach kneten. Machen wir ihn zu einer Kugel, legen wir ihn in unsere Schüssel und decken wir oder mit Deckel oder mit Handtuch und lassen wir ihn gehen. Was würde ich euch sagen, für dieses Rezept würde ich, wenn ihr Zeit habt, lieber so zweimal noch mal gehen lassen. Jetzt, wenn er hochgegangen, runter machen, noch mal gehen lassen, noch mal runter machen und dann, wenn er dritte Mal aufgegangen ist, dann ausbacken. Das merkt man wirklich ein großer Unterschied, ob ich jetzt, wenn er aufgegangen ist, gleich backe oder ich lasse ihn zweimal, dreimal gehen. Und wenn ihr das sowieso macht, ihr bestimmt sowas ans Wochenende. Ich zum Beispiel mache es ans Wochenende, weil in der Woche hat man nicht so viel Zeit mit Hefeteig zu arbeiten. Und an das Wochenende nimmt man sich schon Zeit und lassen wir den Teig ein paar Mal gehen. Jetzt ist ungefähr 40 Minuten vergangen und ihr seht, der Teig ist schon hochgegangen. Machen wir einfach runter. Hört ihr, wie die Luftblase rauslässt? Einfach runter drücken und nochmal zu und nochmal gehen lassen. Ich lasse ihn einfach hier bei Zimmertemperatur in der Küche einfach aufgehen. Decke extra mit dem Deckel zu, dass nicht zu viel Licht rein scheint, weil es eigentlich für den Teig besser, wenn es dunkel, warm und kein Luftzug gibt. So liebe Freunde, jetzt geht es wieder weiter. Mein Teig habe ich jetzt zweimal runter gedrückt und wieder gehen lassen. Jetzt ist er schon drittelmal aufgegangen, so flüssig wie es ist. In dieser Zeit, bis mein Teig fleißig gearbeitet hat, war ich auch fleißig und habe dieses Käsetorte mit Beseehaube gemacht. Das ist unsere Lieblingskäsetorte für meine Tochter. Wenn ihr Interesse habt, kann ihr euch ein Teig vor oben jetzt reinstellen. So, jetzt werden wir mit unserer Pampuschkin weiterarbeiten. Dafür werden wir jetzt kleine Tine machen. Erstmal den Teig, jeder bisschen drücken. Und dann können wir einfach mit der Hand so ausdrücken. Am besten, dass sie klein sind. Und wenn ihr euch an die Hände klebt, was ich natürlich nicht vermute, dass es so wird, das ich hier mit einstrüben kann man. Und werden wir die lieber vorbereiten, weil zu braten geht es wirklich schnell. Und durch das das Öl ein bisschen im Teig ist, kleben die eigentlich nicht. So bereiten wir die vor, so ein bisschen, dass die einigermaßen gleich sind. Wenn wir schon zu Ende sind, dann müssen wir die Pfanne mit viel Öl schon anmachen, dass die Öl heiß wird. So, jetzt habe ich die alle fertig gedreht, war ein bisschen kurz abgelehnt, paar Minuten, die sind sogar ein bisschen aufgegangen. Jetzt gehen wir zum Ofen und werden wir die braten. So, den Ofen habe ich schon angemacht und habe ich schon Öl reingemacht. Öl muss man wirklich reichlich reinmachen, dass sie so fast schwimmen können. Dann hier habe ich Teller mit schon so einem Küchentuchpapier draufgelegt, wo wir die dann rausnehmen werden. So, jetzt werden wir etwas unser Fett testen, es zwitschert. Ich denke, es wird schon gut. Probieren wir eins reinmachen, wie ihr wollt. Und dann gehen wir die nächste rein. Wir werden nicht ganz cool machen, den Fahnen, dass sie Platz haben zum Aufgehen. Die Hitze stehlen wir. Ich habe 9, die stehlen jetzt erstmal ab 7, ein bisschen runter, dass die nicht zu schnell braten. Und werden sie von beiden Seiten goldbraun braten. Wenn ihr eine Fritteuse habt, könnt ihr auch eine Fritteuse ausbacken. So, jetzt habe ich die schon abgedreht und werde dann auf die zweite Seite braten. Sehen die goldig aus, ja? In dieser Zeit, bis unsere Pampusche gebraten werden, können wir diese Knoblauchpaste zubereiten. Knoblauch habe ich schon hier durch die Presse gedrückt. Geben wir dann ein bisschen Salz drauf. Etwas Öl. Werden wir das richtig schön vermischen. So, erstmal werde ich die rausnehmen. Und dann zeige ich weiter mit dem Knoblauchpaste. Wie dunkel sollen die sein, musst du dann selber entscheiden. So, geben wir die nächste. Wenn ihr wollt, ihr nicht zu viel Öl hier reinmachen, kann man einen Schluck Wasser machen, dass es ein bisschen so verdünnen, sozusagen. Jetzt, dass das besser später wird da, wie unsere Pampusche geschmiert werden. So, jetzt dazu gebe ich noch die. Ich habe ganz bunt klein geschnitten. Werde erstmal die Hälfte nehmen. Und ein bisschen lasse ich zum Deko auch das schön vermischen. Und dann könnt ihr sehen, wenn es jetzt zu wenig Öl, dann ist das zu trocken und wird das schlecht dann verteilen. Deswegen mache ich einfach ganz bisschen Wasser. So, nur ein Schluck. So, jetzt können wir in diese Schlüssel, wo ich jetzt diese Paste gemacht habe, unsere fertige Pampusche reinlegen. Ach, die sind so, so lüftig, so weich. Geben wir dann Deckel drauf oder Teller und einfach so schütteln. Nicht zu doller Knöpfen, nur schütteln, dass es überall Knoblauch drauf kommt. Dann sehen die dann so aus. Und jetzt können wir uns auch die Servieteller drauf packen. So, liebe Freunde, erstmal brate ich meine Pampusche fertig und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. So, was Leckeres haben wir gebacken. Der Tufz steht hier in die Küche. Wahnsinn! Es ist ein bisschen bei mir noch übrig geblieben. Und es kann man, wenn ihr wirklich Porsche gekocht habt, dazu, dann kann man auch in die Porsche reinmachen. Oder kann man jetzt ein bisschen Öl hier reinmachen und ein Schälchen daneben stellen. Dann manche wollen gerne, wenn die aufreißen, noch ein bisschen was da drauf machen. Und jetzt werden wir eine aufreißen, dass ich euch zeige, wie luftig sind die, wie weich sind die. Schaut sie bitte. Oh, Wahnsinn! Und die schmecken, das musst du unbedingt probieren. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachbacken. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ich freue mich auf eure Kommentare sehr, sehr, sehr. Auf euren Daumen hoch, vielen lieben Dank. Und ich werde mich freuen, wenn ihr mich besuchen auf meiner Webseite. Da tut sich auch mal ob und zu was. Es hat man nicht viel Zeit, aber ich versuche schon ein bisschen dran zu bleiben. Bleibt gesund, liebe Freunde und bis zum nächsten Mal. Tschüss!